Hallo zusammen, willkommen zurück zu Redux. Heute mit dem Code, den wir hier generiert haben, denn daran wird schon wunderbar deutlich, was genau eigentlich der Unterschied zwischen React und Redux ist. Und hier sehen wir das eigentlich auch schon relativ easy. Wir haben wie immer die Index JavaScript, die uns erstmal unsere App eben einbindet und wir haben die App, die hier erstmal natürlich das grundlegende Prinzip hier mit einbindet. Der einzige Unterschied liegt jetzt hier an, dass natürlich das Projekt ein kleines bisschen anderes ist und schon direkt demonstriert, was man hier tun kann. Wenn wir uns das jetzt allerdings mal angucken, dann sehen wir hier, okay, im Image ist natürlich das Image hier oben und dann sehen wir hier unten, edit bla 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 and save to reload. So, der Teil hier zwischendrin, das heißt, dieser Teil ist ausgelagert in eine Komponente namens Counter. Und jetzt wird es interessant. Wenn wir uns den Counter mal angucken, den finden wir unter Features, das sehen wir hier oben im Import, dann sehen wir hier Counter.js. Okay, cool. Wie genau läuft denn der Counter? Naja, wir haben die Möglichkeit eben hier bei React Redux was zu importieren, und zwar Use Selector und Use Dispatch. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz eine Stufe zurück auf die Index.js, bevor wir uns die Counter.js genauer angucken und sehen hier, der Provider bekommt einen Store mitgeliefert mit Namen Store. Und der wird importiert aus App slash Store. Jetzt gucken wir uns mal hier den Store ein bisschen genauer an. Der Store, der enthält die Variable. Der Store ist im Endeffekt, wenn ihr so wollt, na komm, schiebt das jetzt mal. Der Store ist, wenn ihr so wollt, der Ort, wo jeglicher Zustand gespeichert wird. Das ist quasi eure, naja, euer App-Zustand für die komplette App. Das ist euer Store. Und im Store drin liegt jetzt eigentlich an sich nicht wirklich was außer diesem Reducer. Und der Reducer wiederum, das ist eine Funktion, die im Endeffekt alles verwaltet. Das heißt, die nimmt den aktuellen, also ein Reducer ist grundsätzlich eine Funktion, die nimmt den aktuellen Zustandswert und irgendein Action-Object heißt das Ding. Das heißt, irgendeine Aktion, zum Beispiel Klick auf Button, sowas in die Richtung. Und, ähm, also dieses Action-Ding, das beschreibt dann quasi, was passiert ist und gibt einen neuen Zustand zurück. Also der Reducer gibt dann den neuen Zustand zurück. Das heißt, Reducer nimmt Action, gibt Zustand. Und im Store werden die ganzen Zustände zusammengeführt. Und das ist das Coole dabei. Okay, das heißt, ähm, was wir hier haben, ist folgendes. Und wir nehmen uns aus dem Counter-Slice hier oben den Counter-Reducer, der ist quasi so ein Reducer, ja, und sagen, okay, das ist jetzt mein Reducer für meinen Counter. Den packen wir hier in unseren Store rein und der Store verwaltet alles. So, schauen wir uns doch mal den Counter-Reducer an von Counter-Slice. Ähm, wir haben hier in Counter-Slice noch mehrere, ähm, Funktionen sozusagen. Ähm, das aus Counter-API können wir quasi gedroht ignorieren, das ist nur ein Mock, das ist relativ einfach. Aber, ähm, wir haben hier die Möglichkeit quasi zu inkrementieren, also quasi zu erhöhen. Ähm, und hier eben den Counter-Slice zu erstellen, ja. Aber die eigentliche Funktion, die wir brauchen, ist der Reducer. Das heißt, der Counter-Slice.Reducer wird hier exportiert. Den finden wir in unserem Store wieder. Wir sehen hier, Counter-Slice wird quasi importiert als Counter-Reducer. Und der Counter-Reducer, der ist im Endeffekt der Counter-Slice.Reducer. Okay, gucken wir nochmal rein, was ist denn der Counter-Slice.Reducer? Naja, das ist gemacht worden über Create-Slice. Und Create-Slice ist eine Funktion von Redux. Redux. So, also die Slices können quasi für uns schon, ähm, diese Reducer erstellen. Und, ähm, ja, im Endeffekt, wir können hier quasi einfach sagen, ey, bau mir mal einen Slice. Ähm, und wir geben dem Ding dann einfach einen Namen. In unserem Fall ist das der Counter. Wir sagen, was der Anfangszustand ist, das ist natürlich hier oben definiert worden. Am Anfang haben wir den Zustand 0 und den Status Idle. Wir können das ganze Ding aber auch laufen lassen. Wir können auch den Zustand so von Hand verändern. Und dann haben wir natürlich die Reducer hier. Und die Reducer, oder der Reducer hier in dem Fall, ähm, ist im Endeffekt der, den wir hier, ähm, als, als Ding an den Store übergeben. Okay, der nimmt sich eigentlich, wie gesagt, eine Action und, ähm, verändert dann irgendwas damit. So, die Action. Wie ist die Action definiert? Naja, über Increment, Decrement oder Increment by Amount. Das sind unsere drei Actions, die wir hier machen können. Und, ähm, die bekommen alle den State. Das ist quasi unser, unser Inhalt. Und sagen, ey, erhöhe mal den State Value um 1. Wir können aber auch den State decrementen, dann verringern wir ihn um 1. Und wir können den Payload anpassen. Und, ähm, also quasi den, äh, den Payload auslesen von der eigentlichen Action, quasi den Wert, wie viel da eigentlich reingekommen ist, falls wir die Increment by Amount Action durchführen. Und, das sind die Actions, die an den Reducer übergeben werden. Das heißt, man ruft den Reducer auf und sagt, hey, ich hab hier gerade eine, eine Action ausgeführt. Das war eine Increment Action. Das ist relativ leicht zu sehen. Das wäre dann einfach hier das gewesen. Das ist die Increment Action. Das wäre die Decrement Action. Ich kann hier aber auch ganz einfach hergehen und meine Increment by Amount Action ausführen. Das ist die hier unten. Und das mache ich hier vorne, indem ich hier vorne einfach quasi meinen Wert drauf mache und dann sehe ich hier plus 5. Ich kann hier aber auch minus 3 oder sowas machen. Und kann dann Add Amount machen und dann fliegt das automatisch drauf. Cool. Und ja, das sind meine drei Actions. So, jetzt habe ich hier allerdings noch die Extra Reducers. Die gucken wir uns später noch an. Das sind die Spezialdinger. Und Counterslice Actions, das ist im Endeffekt hier ausgelesen worden, aus unserem Reducer. Das sind quasi unsere Aktionen, nämlich Increment, Decrement und Increment by Amount. Das sind eben diese drei Aktionen, die ich euch gerade vorgestellt habe, die wir hier zur Verfügung haben. Und Select Count ist im Endeffekt nur der Value, den wir in unserem Zustand drin haben. Das ist quasi so ein Boilerplate-Code, wenn man so möchte. Man muss es eben drumherum schreiben, damit das irgendwie halt vorhanden ist. So, und dann haben wir hier eben noch diese ebenso exportierte Funktion Increment if Odd. Das brauchen wir dann für den Teil hier. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Spaß kennt. Wenn es ungerade ist, dann mach was. Wenn es gerade ist, dann mach nichts oder sowas. Aber ist nicht so wichtig. Also im Endeffekt, die wichtigen Aktionen sind hier diese drei Aktionen. Und dieser Reducer, der sich drum kümmert, den Zustand zu verändern von unserem eigentlichen Store. So, aber das machen wir nicht in Counter. Counter hat damit nichts zu tun. Und damit verlieren wir diese zyklische Abhängigkeit beziehungsweise diese komische Sache, dass wir hier drin quasi was verändern. Aber also hier drin müssen wir erstmal hören, ob irgendwas passiert. Dann verändern wir den Zustand. Der Zustand verändert wieder unsere Komponente, weil die ja neu gezeichnet wird. Diese zyklische Abhängigkeit, die fällt dadurch halt weg, sodass wir eben die ganze App im Zweifel sogar neu zeichnen können. Was halt sehr, sehr hilfreich ist. Wenn wir dann zum Beispiel eben sagen, okay, wir verändern den Zustand, dann wird halt alles, was diesen Zustand verwendet wird, eben neu gemacht. Okay. So, wie wird das jetzt in Counter verwendet? Naja, wir haben hier in Counter auch die Möglichkeiten, Decrement, Increment, Increment by Amount, Increment Async, Increment bla 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 und so weiter aufzurufen. Das sind im Endeffekt diese Funktionen, beziehungsweise die Actions, die wir hier zur Verfügung haben. Und ja, wir müssen das jetzt natürlich erstmal so definieren. Wenn jemand wo drauf klickt, dann passiert halt eine Action. Dazu brauchen wir die hier drin. So, also, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, erstmal zu sagen, wir holen uns sozusagen erstmal den Selektor, also quasi Select Count. Da erinnert ihr euch noch, Select Count war definiert hier unten als holen wir doch mal bitte den Value von unserem aktuellen State, damit man halt quasi sagen kann, okay, das ist gerade mein aktueller Zustand. Das verwenden wir hier als Use Selektor. Und das kommt auch aus React. ist im Endeffekt ein, hey, ich würde gerne eine Variable benutzen. Und diese Variable hat folgenden Zugriffsoperator, den ich auch importiert habe von Counterslice. Also quasi ein, ey, was steht da eigentlich nochmal genau drin? Sagt mir das mal bitte. Das ist das da. Okay. Und Dispatch ist im Endeffekt der Use Dispatch hier drüben. Den haben wir auch von React Redux importiert. Der macht aktuell noch gar nichts, ist aber hier zumindest mal initialisiert. Werden wir gleich kennenlernen. So, hier unten sehen wir dann allerdings, was dieses Dispatch sein soll. Dispatch ist nämlich genau das, hey, hier ist gerade eine Action entstanden, ruf bitte diese Funktion auf. Und ruf bitte diese Funktion auf. Also im Endeffekt sagen wir hier wirklich nur, ey, wenn dieser Button gedrückt wird, dann ruf doch bitte Dispatch die Funktion oder die Action auf, die wir definiert haben in Counterslice. Und die haben wir hier ja importiert. Das heißt, wenn wir den ersten Button drücken mit dem Minus drin, dann haben wir die Decrement Action und die haben wir ja hier drin definiert gehabt. Völlig egal, was da drin stand, wir wissen, es gibt diese Action und wir konnten die haben. Und ja, jetzt haben wir die hier quasi zur Verfügung. Entschuldigung, hier drüben wollte ich hin. Jetzt haben wir die hier zur Verfügung. Wir rufen die auf. Achtet hier drüben auf die runden Klammern, damit wir sie auch wirklich aufrufen und nicht die Funktion hier irgendwie als Parameter an Dispatch übergeben. Ähm, dann die nächste Möglichkeit ist natürlich zu incrementen. Da rufen wir einfach die andere Funktion auf. Und hier drüben, das sind ein bisschen die komplexeren, sagen wir, okay, wir wollen eben über Increment Amount, wollen wir das Ganze zeigen. Also hier steht natürlich einfach auch nochmal der Count drin. Das ist der Teil in der Mitte hier. Das ist das da. Ähm, und hier unten sagen wir aber, okay, wir haben auch die Möglichkeit, über eine gewisse Menge zu incrementen. Und hier sagen wir, wenn sich das Feld hier drüben inkrementiert, also das hier, wenn wir da irgendwas reintun, dann sagen wir, die Set Increment Amount wird gesetzt auf i.target.value. i ist das HTML Input Element Change Event sozusagen. Das heißt, ähm, wenn hier irgendwas passiert, also onChange, dann kriegen wir den Parameter e und der enthält eben den Wert von dem, was wir hier eingegeben haben. Und der wiederum wird gegeben an Set Increment Amount. Jetzt, was wiederum war Set Increment Amount? Naja, Set Increment Amount hatten wir hier oben bekommen. Das waren zwei verschiedene, besser gesagt, die wir hier bekommen haben, nämlich einmal die Increment Amount und einmal die Set Increment Amount. Die haben wir als ganz normalen Use State geschrieben. Und Use State, ihr erinnert euch, ist tatsächlich von React. Das heißt, das kann man durchaus auch noch benutzen, wenn das wirklich ein Zustand ist, der wirklich nur gerade in dieser einen Komponente irgendwie relevant ist. Dann kann man das machen. Ähm, wir haben aber insgesamt eben diesen Counter nicht geteilt. Also, der Counter wird hier geteilt, während diese Set Increment Amount, die gibt es halt nur in diesem, in diesem einen Teil. Also, äh, im Endeffekt in dieser einen Komponente. Okay. Das heißt, hier sagen wir, okay, wir benutzen zwei. Wir sagen, zwei ist die Increment Amount und die zu setzen, naja, das tun wir eben über Set Increment Amount und, ähm, hier sagen wir, okay, am Anfang, wenn die nicht gelesen werden kann, dann ist es oder null im Endeffekt und hier drüben sagen wir dann, okay, dann setzt mal die Set Increment Amount auf den Wert, den wir eingegeben haben. Gut, ähm, schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Ähm, so, wenn ich hier jetzt zum Beispiel A reinpacke, dann sehen wir hier, hier passiert gar nichts. Wenn ich hier jetzt allerdings Add Amount mache, passiert hier auch nichts. Warum passiert hier nichts? Naja, ich habe im Endeffekt den Button Add Amount gedrückt, was jetzt im Endeffekt dieser wunderschöne Button ist, ja, das ist Increment Value, also, äh, wird quasi inkrementiert über den Increment Value und zwar asynchron sogar, ne, Moment, das ist nicht asynchron, das stimmt nicht, der hier, Increment By Amount wird, ähm, wird aufgerufen und zwar mit dem Increment Value. Okay, cool. Was, was genau macht denn Increment By Amount? Naja, das hatten wir importiert, das ist auch eine von diesen Actions und hier gucken wir bei Increment Amount einfach mal rein und sagen, ja, State Punkt Value bitte plus gleich Action Payload. Cool. Was ist denn Action Payload? Naja, Action Payload war mein A und da suchen wir das Ganze mal und sehen wir hier mal in der Konsole, ich mach das mal kurz, so, hier passiert überhaupt nichts, also hier ist quasi gar nicht mal was angekommen. Wenn ich jetzt hier allerdings die 1 reingebe, dann sehen wir hier, wird der Wert quasi, ähm, um 1 erhöht und ich könnte jetzt hier natürlich noch ein kurzes Console Log einbauen, Console Log, ähm, die, was, 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 machen wir doch mal die komplette Action hier rein. So, schauen wir uns das mal ganz kurz an und, ja, nicht Seiten Quelltext, sondern untersuchen wollte ich. So, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was passiert, wenn ich hier auf Add Amount gehe. Wir bekommen hier die komplette Action mit übertragen und zwar ist der Payload hier 2 und der Type von unserer Action ist Counter Slash Increment by Amount. So, das ist quasi mein Action Ding hier. Der State wiederum, das kommt aus dem Store und enthält quasi alles, was da irgendwie State sein könnte und den kann ich jetzt wirklich überall noch mitlesen. So, das Ganze ist also ein bisschen ein komplexeres Setup, wenn ihr so wollt. Die beiden lassen wir jetzt hier mal außen vor. Aber das Ganze ist ein bisschen komplexeres Setup, ist aber irgendwie cleaner zum Schreiben. Versteht ihr, was ich meine? Es ist irgendwie sauberer Code. Das heißt, wir machen folgendes normalerweise, wenn wir so eine App schreiben. Wir haben einen Store. Der Store enthält alle Reducer, das heißt, alle Funktionen, die irgendwie globale Variablen verändern können, also irgendwie eben Zustandsvariablen verändern können. Im Endeffekt ist das Ganze ein Zustandsautomat und die muss ich hier natürlich importieren. So, den Store selbst brauche ich aber nur in manchen Bereichen sozusagen und zwar zum Beispiel hier in meinem Counter. Aber ich importiere den Store nicht direkt, sondern ich importiere UseSelector und UseDispatch von React Redux. Ich importiere, also ich sage quasi nicht, hey, ich will deine ganzen Variablen abhaben, sonst hatte ich irgendwann eine zyklische Abhängigkeit. Ich sage, in React drin gibt es ja hier Funktionen, nämlich UseSelector vor allem, wo ich sagen kann, okay, hör mal zu, ich brauche jetzt den Count eben, den SelectCount und das Ding ist wiederum hier drin exportiert worden und gibt mir einfach nur den Zustand von meinem CounterValue zurück. Das ist alles. So kann ich auf Variablen zugreifen, das ist das eine. Auf der anderen Seite will ich die natürlich verändern können und das mache ich über diese Actions, die ich in meinem Reducer definiere und zwar in meinem, also einfach über Create Slice, in meinem Fall über Increment, Decrement, Increment by Amount und dann halt teilweise noch über diese Extra Reducer und die muss ich dann natürlich auch exportieren als eben der Default, den ich hier drüben in meinem Store importiert habe und als Reducer definiert habe. Gut, ja und das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Wir wollen quasi Abhängigkeiten eliminieren, damit wir keine zyklischen Abhängigkeiten haben, wir wollen aber gleichzeitig trotzdem einen globalen Speicher haben, auf den wir jederzeit von überall zugreifen können. Das heißt, was wir machen ist, Counter Slice, ja, da wo wir quasi das ganze Ding reinpacken, das kann eigentlich nicht viel machen, außer Create Slice, ja, also dass wir quasi uns überhaupt bei Redux registrieren können, während die anderen, die, die wirklich die Werte verwenden wollen, die wiederum bekommen die Möglichkeit, hier auf die Actions zuzugreifen und das ist im Endeffekt die ganze Magie. So, das Ganze ist ein bisschen verwirrend, ich würde euch empfehlen, probiert ein bisschen dran rum, da wird man dann irgendwann mit warm. Wir schauen uns nächstes Mal nochmal den TypeScript Code kurz an und was sich da so groß unterscheidet und ja, bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann.